Hallo YouTube! Ich möchte mich bedanken bei meinen ersten 50 Abonnenten, die ich auf dem Kanal habe. Und für euch, liebe 50 Abonnenten, mache ich jetzt einen Kuchen. Und zwar nicht irgendeinen Kuchen, ich mache Londis. Wenn ihr das selber braucht, wir brauchen 240 Gramm Reise Schokolade, 280 Gramm Mehl, 340 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, ein bisschen Salz, ein bisschen Vanilla rum, Natron, Bakura, 2 Leier und gute Handvollkette. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt warten. Bis zum nächsten Mal.